ja herzlich willkommen zu einer neuen folge animal crossing new horizons mit mir dem anna waterfranc ich wollte euch heute mal zeigen ja wie man sozusagen tarantula island beziehungsweise scorpion island nenne ich meine insel mal weil ich spiele südliche hemisphäre also ich habe alles geklärt alles die ganze insel geklärt habe alles jetzt hier auf den strand gelegt und ja wir müssen jetzt die insel also ihr müsst halt das unkraut könnt ich glaube ich drin lassen die blumen nur pflücken drin stehen lassen die bäume müsst ihr mit der axt abhauen mit der axt abhauen und danach ausbuddeln den stumpf mit der schaufel ja die steine halt komplett entfernen und es müssen wieso geht die kamera jetzt hier so komisch jetzt ok und dann müsst ihr hier alle insekten verscheuchen wenn ihr keine insel mit insekten habt dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren so gucken wir mal jetzt hier oben ist ein insekten die müssen wir verscheuchen hier die müssen weg und die müssen weg hier ich hoffe mal ich das hier ist noch ein zweiter der muss auf weg so jetzt dürften wieder alle insekten weg sein jetzt an ich ist noch zwei insekten es kann ja auch im wasser mal so eine wanze sein das zählt auch als insekt ich laufe wieder zurück gesagt die ist born hat ziemlich schnell die insekten die müssen noch wegscheuchen und jetzt wenn jetzt kein insekt mehr da ist könnte es sein dass der skorpion hier ist auch noch ein insekt jetzt könnte es halt sein der ist auch nicht offen hier sind auch noch zwei insekten kurz könnte das halt sein dass der jetzt hier irgendwo sport und genauso geht es halt auch mit den spinnen 1 1 das gleiche und es kommt immer meist aber bei mir war immer ein skorpion also es ist jetzt halt nicht so wie bei tarantula einen sprinte mal jetzt ein bisschen dass ich die ja alle verscheuche so kommen weg 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 der muss auf weg ich sprinte hier auch noch mal der muss auch noch mal weg aber nicht dass hier hinter meiner ist ist auch noch mal einer hier ist auch wieder eine wanze drin schnell weg damit das ist halt echt ein problem die gesporen hat so schnell und es hat auch nicht so gut wenn man halt direkt auf die oder oben er hat es ja die sport weil ich weg gerannt bin ach da war der erste skorpion ja ja da war der erste skorpion erste skorpion war da ich bin jetzt halt natürlich auf ihn zu gerannt nein jetzt hat er mich jetzt hat er mich ja ja ihr müsst halt direkt ihr müsst halt direkt den den casher hochheben in fangen casher normal probieren kommen noch mal das halt ist halt echt gar nicht so einfach weil ihr müsst halt wirklich den casher und stehen bleiben ganz wichtig stehen bleiben und den casher halt hoch halten so noch mal wie gesagt bei mir sind es halt keine spinnen bei mir sind zahlskorpione weil ich hatte südliche atmosphäre habe jetzt noch mal alle verscheuchen hier hast wieder ein käfer und sobald alle insekten wirklich weg sind und hat der skorpion beziehungsweise bei euch dann die tarantel den auch verscheuchen die sind alle weg mal kurz auf den stein gucken ist halt auch blöd dass hier eine anhöhe ist weil man müsste ja erstmal hochkommen mal gucken ich gehe jetzt mal langsamer weil dieses rennen das ist auch nicht so gut kamera wieder hier guck mal hier sind wieder hier ist noch ein mistkäfer ich damit aber ihr habt ja gesehen die spawnen auf jeden fall dann könnt ihr euren casher oder beziehungsweise euer inventar voll machen mit den skorpionen weil die gespawnen dann immer wieder bis der casher voll ist das ist halt schauen ob hier nicht wieder eine wanze im wasser ist und auch wieder insekten ja es hat gar nicht so einfach und jeder skorpion ist genauso viel wert wie eine tarantel also 8000 sind beide 8000 sind beide genauso viel wert haben wir hier irgendwo noch eine wanze jetzt scheint es erst mal doch hier ist eine wanze dachte könnte das ja auch im inventar tauschen ach jetzt ist der casher kaputt naja gut jetzt müssen wir noch mal zum dings da mal zum spawn natürlich der casher kaputt so wir brauchen jetzt erst mal habe ich noch habe ich noch zweige hier irgendwo noch zweige noch immer die zweige noch mal so die zwei hier ist halt echt gar nicht so einfach so gucken wir mal ob wir den jetzt herstellen können oder ob uns jetzt zwei gefehlen kann sein dass jetzt zwei gefühlen naja da fehlen zweige ist schon ja dann müssen wir hier hier kommen wir hier bei ihm hier kommen wackel casher kaufen brauche werkzeug warum brauchen wir jetzt hier den wackel cashern dann können wir uns wenn wir jetzt wenn wir jetzt kostet 100 meilen haben wir den jetzt können wir aus dem mit dem erz wir haben es am strand noch liegen wir haben am strand das erz noch liegen so schnell das erz holen hier dann am besten gleich den besseren cash herstellen er sollte dann auf jeden fall erst mal reichen ja gar nicht so einfach so jetzt können wir den besseren cash herstellen wir haben noch 17 erz also sollte auf jeden fall noch reichen so halt die zweige kriegen wir zahlt keine mehr so das war's und den cash auch mal gleich am besten an die hand so erzählt wieder die insekten verscheuchen hier ist wieder eins momentan gleich voll hier den noch verscheuchen strand gucken er muss halt echt aufpassen am besten nicht sprinten irgendwie besten echt nicht sprinten hier noch eine wanze hier sehe ich jetzt gerade nichts oben ist wieder naja kommen jetzt gerade nicht ran mit der leiter wieder hoch klettern sagt hier oben können auch skorpione sporen aber hier noch was ne hier ist noch eine ok könnte jetzt vielleicht eventuell jetzt dürften wir alle verscheucht haben ne eigentlich haben jetzt glaube ich alle verscheucht sie aber noch kein noch sehe ich klein hier oben ist wieder insekt auch eins und hier weg damit der ist auch weg ja wie gesagt so einfach ist das nicht hier halt jetzt auch echt kein mehr jetzt ist ja echt gerade ne jetzt scheint ja auch keiner mehr zu spawnen ne jetzt ist glaube ich gerade und noch mal rum scheint jetzt auch gerade da oben ist wieder eine wanze na geil ja also wie gesagt ich weiß auch nicht ob sich das wirklich lohnt den aufwand jetzt zu betreiben weil ganz ehrlich ihr habt ja jetzt hier guck mal was jetzt schon alles hier ich habe jetzt schon die ganzen hirschkäfer hier gefangen an den steinen ja da hätte ich lieber mal den kescher mal hier voll machen sollen hier mit hirschkäfern ne weil die sind halt auch 6000 wert und die sind ja zum beispiel an den kokosnüssen äh bäumen gespawnt ne deswegen ich weiß halt echt nicht ob sich das hier mit den skorpionen da wirklich so lohnt da ist ein skorpion jetzt haben wir ihn so ich gehe mal auf ihn zu aber jetzt zeige ich euch das mal wie ihr den fangt wartet er stellt sich gleich auf er stellt sich gleich auf so jetzt stehen bleiben stehen bleiben ihr müsst aber den kescher oben haben jetzt wieder auf ihn zu gehen stehen bleiben so dann wieder ein stück weiter gehen stehen bleiben bis er wieder die seine seine vorderpfoten da seine dings runter nimmt so jetzt könnten wir glaube ich schon fast kescher da haben wir ihn so da haben wir den skorpion läuft äh ich muss mal gucken kann ich hier ein bild machen so jetzt sind natürlich hier wieder auch käfer gespawnt die verscheuchen wir natürlich wieder jetzt haben wir einen skorpion ne also oh da ist er nein ah mist ah da sind wir deswegen wenn man die halt nicht sieht äh und man steht zu dicht dran dann ist das halt echt schwierig ne so ja wir haben ja alles behalten ist alles gut mal gucken ob jetzt schon von sich aus skorpione gespawnt sind oder ob jetzt weil weil bei tarantula island ist ja wirklich so da sind ja eine menge äh taranteln ne ja man darf der halt auch nicht zu nah kommen den skorpionen ne man muss das ist halt echt gar nicht so einfach hier so die fliegen weg weil es halt hauptsächlich wirklich nur insekten hier ob wir den hier irgendwie wegkriegen hier kann auch sein dass die skorpione einfach nach und nach spawnen das kann auch sein dass die einfach äh mit den normalen insekten dann zusammenspawren so mal gucken mal immer um die ecke rum das ding ist man sieht's halt auch nicht immer so gut na ich guck mal ob ich hier weil wenn wir jetzt zum beispiel runter gehen sind wir ja eigentlich schon fast so dicht dran ne wenn der jetzt unter uns wäre könnte jetzt so aber naja das bringt halt auch nichts ne ich glaub man müsste hier einfach nur warten bis die denn nach und nach spawnen hier ist auch noch ein käfer aber wie gesagt bei tarantul 1 ist es halt wirklich so da ist nicht nur ein skorpion da sind dann immer mehr und immer mehr und immer mehr ich weiß halt nicht wie das ist wenn wir jetzt den anderen nicht verscheucht hätten äh ob wir jetzt immer mehr gespawnt werden immer nacheinander weg das wäre halt die frage wir müssten jetzt halt nochmal einen fangen oder nochmal zwei fangen um zu gucken ob der denn äh ob der denn nachspawnt also ob der schneller nachspawnt dann hier ist auch wieder ein Insekt ja noch haben wir platz im momentan gleich nicht mehr dann müssen wir das alles ablagern hier hier ist noch eine morene ich gehe jetzt mal stück für stück weil wenn die uns angreifen da kriegen wir es ist halt echt schwierig den Skorpion denn zu fangen wenn die uns schon angreifen alles voller Käfer hier nochmal Käfer ja jetzt ist lange Zeit schon wieder nichts gespawnt hier mal gucken ob jetzt irgendwas wieder spawnt drei Käfer ich weiß halt auch nicht hundertprozentig ob man wirklich alle Insekten verscheuchen muss oder ob das ob die trotzdem spawn ich meine normal also vorhin hat es ein paar mal echt gut geklappt habe ich die Insekten verscheucht oh oh schon wieder war schon wieder zu dicht dran ich habe ihn wieder nicht gesehen eieieieieiei ey das ist ja gar nicht so einfach ich habe ihn halt echt nicht gesehen das ist so schwer weil die sprinten sofort auf einen zu da kommt man ja da müsste man ja eigentlich die ganze Zeit mit gehobenen Kescher hier lang stehen weil man verscheucht hier die ganze Zeit die Insekten auf einmal ist da ein Skorpion und ihr seht ja ne wenn man jetzt hier runter geht und man hat halt auch keine bessere Sicht irgendwie dass man irgendwie das unten besser sehen kann man kann die Kamera ja auch nicht drehen das natürlich deswegen am besten ist es immer wenn er über einem irgendwo spawnt man hört ihn halt auch schlecht ne also ich habe mir jetzt auch nicht wirklich gehört eben gerade dass er jetzt auf mich zukommt also man kann ihn auch cashern wenn er gerade auf einem zuläuft aber das ist echt nicht so einfach ja ein Skorpion bisher aber ihr seht auf jeden Fall die spawnen immer wieder nach also man könnte rein theoretisch schon den Momentar voll bekommen mit dem aber er ist glaube ich ganz schön zeitintensiv bestens immer einfach nur ja weil wenn er hier zum Beispiel spawnen würde den würde ich ja nicht mal sehen ne hinter dem Berg jetzt könnte wieder einer sein weiß ja auch nicht wie hoch die spawnrate ist bei denen wie schnell die nachspawn am besten wirklich hier mit gehobenen cashern schon laufen irgendwie aber das ist natürlich auch langsam ich glaube wenn wir ganz unten sind also so sieht man denke ich denke ich mal so wäre es auch okay glaube ich so greift er einen auch nicht gleich an da ist einer so mal gucken wie lange das jetzt dauert müssen wir warten jetzt hat er uns fokussiert warten wieder auf ihn zu warten wieder auf ihn zu ja wie gesagt so einen Spinnen gibt es halt bei mir nicht müsste ich halt bei Freunden Glück haben und Tarantula Island wird es denke ich mal bei mir auch nicht geben bei mir wäre es denn eher Skorpion Island ich glaube einmal gehe ich noch auf ihn zu und dann kesche ich genau so zweiter Skorpion jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig ich gehe jetzt mal nur so über die Insel sodass sie nicht wegrennen können wirklich mal so hier bewegen hier unten ist jetzt nichts glaube ich weil letztes mal vorhin ist ja direkt noch einer gespawnt da ist schon wieder die erste Wanze übrigens die Wanzen geben 2000 also wenn ihr mal so eine Insel habt mit vielen Wanzen nehmt die Wanzen alle mit das sind Riesenwanzen 2000 sind nicht zu unterschätzen 2000 Stannis das ist jetzt halt die Frage wie schnell die jetzt nachspawnen hier die und ob man jetzt wieder also entweder ob die jetzt nach einer Zeit nachspawnen oder ob die ob man jetzt wieder die Insekten verscheuchen muss damit die schneller spawnen das ist jetzt halt die Frage ne weil hier sind jetzt die ganzen Goldmist Käfer tja gute Frage ne ich glaube ich glaube die spawnen zu den normalen Insekten dazu ich glaube man muss hier nicht alle Insekten verscheuchen ich glaube die kommen einfach kommen einfach nach und nach wie die wie die Bock haben zu spawnen ich denke mal das auch zufällig denn von der Zeit manchmal ist ja wirklich so wenn man einmal am Bildschirmrand oben ist am Bildschirmrand unten ist dass dann die nachspawnen die ganzen Tiere und ganz wichtig ist halt auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Gebäude reingeht ja meinetwegen ihr seht jetzt draußen Skorpion oder Vogelspinne ne und ihr geht ins Gebäude rein äh dann sind die weg ne weil dann Ladebalken kommt und dann sind die halt weg ne hier unten am Strand könnte halt auch immer ab und zu mal einer spawnen wie gesagt das ist jetzt eine Random Insel ne das ist jetzt keine keine bestimmte Insel können ja auch normal gehen das reicht ja auch müssen ja nicht so schnell laufen also Sprinten würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen ich versuche jetzt mal die Insekten weg zu machen hier zu verscheuchen hier dann gehen wir mal normal rüber ich bleib mal jetzt hier stehen ja jetzt haben wir einen erfolgreich weggemacht aber bisher ist noch keiner nachgespawnt hier da sind wieder die anderen Insekten ich denke das dauert halt einfach bis die nachspawn ich glaube hier ist jetzt auch keiner der Goldkäfer ja gut aber ihr habt es auf jeden Fall gesehen ich gucke mal ob wir noch einen kriegen hier so hier gehe ich lieber vorsichtig aber ich habe noch nie gesehen dass jetzt zwei sind also es ist meist immer einer nachgespawnt aber dass jetzt zwei also dass ich zwei gleichzeitig gesehen habe habe ich noch nicht gesehen meist habe ich immer nur jetzt einen Skorpion gesehen jetzt auch keiner mehr glaube ich ja oh da ist ein Skorpion na geh nicht weg der ist noch da der ist noch da der ist noch da Gott hier ist das ganze Zeug ja so ist wirklich immer fast immer nur einer denn da ne ich glaube den können wir jetzt schon keshern einen Schritt gehe ich noch so haben wir jetzt drei Skorpionen und wie gesagt ein paar haben mich ja noch gebissen hier haben wir jetzt hier drei Skorpione ja guck nochmal einmal kurz wie gesagt da muss man halt echt vorsichtig sein weil die sofort einen angreifen sobald man denen zu nahe kommt der war ja zum Beispiel auch am Strand ich glaube das ist ja sehr sehr zeitintensiv gerade die Frage ob sich das jetzt wirklich lohnt ne ich guck mal grad nochmal was da ist zum Beispiel ein Flossenfisch der ist eigentlich viel interessanter als ein Skorpion komm wir fangen nochmal an Flossenfisch hier ja moin 15.000 Silber ah ja läuft ne dann nimm mal noch lieber sowas mit oder das war jetzt schnell gemacht und vor allem der ist der ist 15.000 Silber wert den hab ich schon einmal gefangen den hab ich schon einmal gefangen und das heißt ich kann ihn jetzt verkaufen ich mach das immer so dass ich ja jetzt müssen wir tauschen ich mach das immer so dass ich warte mal nimm wir hier geht das weg ich mach das immer so dass ich die ersten also alles was ich zum ersten Mal an Insekten und Fischen bekomme dass ich das direkt ja abgebe beim Museum sodass ich da jetzt nicht das erstmal für mich nehme sondern ich gebe es halt immer erst einmal ab beim Museum und wenn ich es dann das zweite Mal fange dann verkaufe ich es halt oh nein ja das war es halt nämlich der hat mich jetzt angegriffen der wollte mich angreifen war aber über mir und dadurch ist er jetzt despawned weil wenn die einmal angegriffen haben dann bleiben die glaube ich nicht mehr stehen also denn hier oben ist ja jetzt gerade despawned aber ich glaube man braucht die Insekten wirklich nicht verschicken also wegmachen ich glaube die kommen automatisch man kann es ja als kleine Aufgabe sehen dass man die wegmacht aber ich glaube es ist jetzt nicht zwingend erforderlich dass man jetzt genau immer alle Insekten weggemacht haben muss ich glaube oben war auch wieder eine Gesichtswanze äh so eine Riesenwanze ich finde auf jeden Fall dass man nach oben hin mehr sieht als nach unten war hier eine Gesichtssache hier oben ist eine ja die müsste ich auch wieder wegmachen gut aber ich würde es erstmal sein lassen ich gucke hier rechts nochmal einmal ganz kurz aber ich glaube hier ist auch nichts gut auf jeden Fall wir haben drei Skorpione gefangen ein paar haben wir verscheucht aber wir haben guten Hai gefangen also denkt immer dran die Fische mit Flosse das sind die interessanten alles klar vielen Dank für's einschalten euer mal einzeln zeigen oder ich erkläre euch das weil wie gesagt Preise habe ich so weit im Kopf für die Sachen so also wir haben jetzt verdient nur durch die Insel der weiße Hai wie gesagt 15.000 die Riesenwanzen 2.000 Prachtischkäfer 6.000 Skorpion 8.000 und der Mondfisch ich glaube der war nur 3.000 der große Mondfisch so dann verkaufen wir das mal wie gesagt die Prachtischkäfer geben halt mega und der weiße Hai ne den Mondfisch noch verkaufen so was haben wir dann verdient und das war jetzt sag ich mal 40 Minuten waren es auf jeden Fall 93.000 das ist natürlich heftig das ist natürlich heftig und wenn man dann jetzt nochmal Glück gehabt hätte die Insel vielleicht ein bisschen anders aufgebaut gewesen wäre von der Landschaft her und ja auch vielleicht kein Plateau hätte oder so wo die dann despawn wenn die an den Rand laufen also ich denke mal das kann man noch steigern das kann man noch steigern alles klar vielen Dank nochmal und dann bis zur nächsten Folge euer Nebortofreng Tschüss ich bin Untertitelung des ZDF, 2020